Hey Leute, hier ist man wieder am Video. Am nächsten Montag geht man das gleiche schön an, weil ich das am ersten an einem Tag drehe. Und heute geht es um die Fotografie. Also es wird eigentlich nicht so ein Laber oder so ein Taschenbuch, äh, Tagebuch eintragen. Äh, Video-Tagebuch eintragen. Ich war der Jahre im Kino, die Bilder zeigen, die ich in Fotografie gemacht habe, also in Fotografie, die ich in der Klasse gemacht habe. Und, ähm, was ich da alles so gelernt habe. Und, ja, also Fotografie hat sich echt gelohnt. Wenn ihr Fotografie mögt und auch nach Amerika kommt, würde ich es euch herzlich empfehlen, eine Fotografie-Klasse zu machen. Also es hat echt Spaß gemacht. Und hier können meine Fotografie-Skills und meine Photoshop-Skills enorm verbessern. Und jetzt sind wir einfach so ein paar Bilder. Und jetzt sind wir einfach so ein paar Bilder. Und jetzt sind wir einfach so ein paar Bilder.